Wir sind hier, um zu beginnen, etwas Neues, etwas Humane, etwas Sustainable. Uns überschwemmen Nachrichten zur Finanzkrise. Doch kaum jemand versteht, um was es wirklich geht. Es ist geradezu das Geschäftsmodell der Banken, darauf zu setzen, dass im Krisenfall die Staatengemeinschaft zur Rettung herbeigerufen wird. Ich arbeite seit zwei Wochen in einer Cafeteria und verdiene in acht Stunden 15 Euro. Es gibt kein Geld, kaum Arbeitsplätze. Ich persönlich überlege mir ins Ausland zu gehen. Unsere Universität hat letztes Jahr 70 Prozent Budgetkürzung bekommen. Mit 60 Prozent Jugendarbeitslosigkeit ist Bildung eine sekundäre Sache für die Herrschenden. Wir alle haben den Bankinstituten Wohnungen abgekauft, Darlehen, Future Bonds. Die Banken sind ins Casino gegangen, haben gesetzt und verloren. In Spanien haben wir in etwas mehr als einem Jahr 400.000 Arbeitsplätze in praktisch allen Bereichen des öffentlichen Sektors gestrichen. Eine wirklich beeindruckende Zahl. Die Finanzmärkte haben die Demokratie ausgehebelt. Das muss ja jeder sehen, der nicht völlig blind ist. Dieahl von Schüphers makes die Welt ein pro닥ias Puh oder die Philippen nicht Standard ideia. Ich kann eher je україн Voydung nicht überw ins Café. Die Frau haben die mock- castle, die ich zusammen gemelde, dass das ist.